Hallo zusammen, begrüßt euch zum nächsten Trailer am 30.03.2024, Ostersamstag. Ja, gestern Logo, ein Pseudo-Beitrag wegen der Corona-Sache da. Ob da alle Maßnahmen korrekt waren oder berechtigt waren. Wie gesagt, aufs Schlimpfen sind sie gar nicht eingegangen. Ja, und gestern Abend geht es aber letzten Endes in der Kerbe weiter. Ja, was ist HPV? HPV-Impfung, ja. Aber es gibt natürlich noch andere Sachen, wenn ihr es dann schauen wollt. VK, Bitshoot, Odyssey, der Trailer bei Rumble und dreimal YouTube. Macht's gut, tschüss.